Trinkets sind alle wacky 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 War da bei dem Empty Wessel noch was anderes dabei? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr Wie war das denn nochmal? Konnte man mit Konnte man mehr als vier haben? Ja, ne? Mehr als drei fliegen Also ich hatte doch, glaube ich mal Irgendwann hatte ich doch mal mehr gehabt Ich bin mir nicht mehr sicher Schade Gut, wir gehen mal zum Boss WACKY 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 Kein Dings bekommen Kein Teufelsziel Das heißt, wir kriegen nur noch einen Wie kommen wir denn nicht auf 0 Herzen? Warte mal, Empty Empty Ach stimmt, das gibt uns auch noch dieses Schild Okay, gut, Leute Hoffen, dass wir Cancer kriegen Irgendwie Gut, dass die gar nicht nervig sind Ich finde, wenn man mehrere Pretty Flies aufhebt als drei Dann sollte man irgendwie, keine Ahnung Dann sollte man vielleicht Dings bekommen Nochmal eine größere Fliege oder so Alrighty Hier machen wir es übrigens anders Wir gehen hier direkt zum Boss Der Broken Ankh Oh, Leute, Alter Die Witzen Mongos So, die Frage ist jetzt Wo ist der Boss hier oben? Ich glaube, der wird hier oben sein Der Halo Flies ist so gut Mit der Pretty Flies zusammen Der ist so fucking gut, ne? Der Flatworm Die Zecke Oh Gott, ey Wir kriegen echt nur Scheiß-Items, ey Wir kriegen nicht das Trinket, was wir haben wollen Das fehlt's Batman Oh, ich hasse das so, ne? Ich hasse solche Bosse Der Tag-Speed Uuuuh Uiuiuiuiui Wahrscheinlich kriegen wir jetzt noch Krumpus Head Pass mal auf Ach ja, Leute Wen wundert das, oder? Wen wundert das? Wir kriegen natürlich keinen guten Teufels-Steel Sondern nur Krumpus Head Curse of the Blind Na, super Na, super Das ist ja ganz klasse Das ist ja wieder mal ganz klasse Text-Speed-Technisch sind wir gut dabei Ewats Wir haben noch eine Chance auf den Teufels-Steel, ne? Ich mein, auch wenn die nicht so hoch ist Hab ich mir eigentlich nicht entgehen lassen Komm schon, jetzt lass mich zum Boss gehen, schnell Ach, dieses Geräusch von diesen Maulwürfen ist so eklig, ey Tschüssi Ey Was ist da denn hier? Karma War das denn nochmal Karma ab? Was war denn nochmal Karma ab, Leute? Was war denn nochmal Karma? Da Donating to a donation machine has chance to heal Isaac for a full red heart and spawn or spawn a beggar Boah, das ist mega gut, ey Das ist ein mega gutes Item Äh, ab zum Boss Das Gute ist, dass Mom wieder einer dieser Bosse ist, die halt Projectiles hat Und Naja Sagen wir es mal so mit unserem Orbital-Block Ist das alles relativ NP Mit relativ NP meine ich Naja, ihr seht's ja Wir kriegen natürlich kein Teufels-Steel Ah, Göttchen, Leute, Leute, Leute Warum haben wir eigentlich immer so viel Glück? Warum haben wir eigentlich immer so viel Glück? Das ist Wahnsinn Bin richtig amazed Oh, guck mal, das ist doch Das sind doch mal Sachen, mit denen kann ich was anfangen Die Left Hand Wir haben auch echt vergleichsweise wenig Dings bekommen, finde ich Oh, nice Oh, nice Wir haben echt vergleichsweise wenig, äh Energy Packages bekommen Oh, was, der hat mich getroffen? Lol Was ist das denn, Alter? Weil wir haben fucking Orbital-Blocks 9000 Und der trifft mich mit normalen Auto-Attacks Und der hat nicht mal Starke, der hat einfach nur so einen Triple-Shot Oh, komm her Ich mag diese Kirchenmusik hier Die ist so schön Passage geht hier gar nicht Passage Achso, der spawnt einfach genau auf meinem Kopf Das klingt auf jeden Fall fair Alter, können wir jetzt bitte einfach Cancer kriegen? Die Chance, noch einen Trinket zu bekommen Ist doch echt nicht mehr so Also, ich meine Wir haben doch bestimmt schon mindestens 30 Trinkets gefunden Jetzt mal ehrlich, Leute 30? Minimum, oder? Warum ist die fährt eigentlich so strong, Alter? Mit der Kopf fällt einfach gar nichts aus Okay Ich ahne Schlimmes Pips, verpisst euch Ihr kleinen Nütten-Boys Na los Hau rein Bin gehauen Du Pfeife So, rechts lang Falsch Oh, Gott, ja Oh, Gott, jetzt gib mir endlich diese Scheiße von Item Oh, Gott, ja Gut ist, dass wir den Boss-Fight drauf haben Wie eine Eins Da kann man nicht verrecken Kriegen die mal mehr Damage Weil wir so ein Biest sind Komm schon Stirb endlich Wackboy Also So, ab geht's Kist Ab in die Kist So, jetzt zeig mal, was du kannst Warte mal, ist das Capricorn? Das ist doch Capricorn, oder? Capricorn gibt alles Damage Äh, alles Stats ab Uh, wir brauchen unbedingt fucking Cancer, Alter Wir brauchen unbedingt fucking Cancer Cancer, man Bitte, gib mir Cancer Dann gucken wir mal, ob wir mehr Techs bekommen können Minus 4 Tier Delay Sollte ja bedeuten Wir kriegen Wir kriegen Wir kriegen, äh, ein Tier Delay von 1 Habe ich gut ausgerechnet, oder? 4, 5 minus 1 Äh, 4 minus 4 ist 1 Bin echt klug, oder? Ist da noch jemand? Ah Warte mal, what? Wait a second Der Buttpenny Äh Komm schon Ich ahne schon, Schlimmes Wirklich Kann das überhaupt Ja doch, es kann drin sein, oder? Es ist doch jedes Item im Item Pool, oder? Also Trinkets sind doch immer drin, oder? Der D4 Fast schon lustig Fast schon so, dass ich's nehmen würde Easy game Transcendent Tears Ist eigentlich nicht schlecht Vor allem, wenn wir nachher so ein bosshaftes CT-Speed haben sollten Das ist eigentlich richtig geil für, ähm Die Kohle Es soll einfach nicht sein, Leute, merkt ihr das? Soll einfach fucking nochmal nicht sein Soll einfach fucking nochmal nicht sein Hm, hier oben Alter, das ist nicht wahr, ey Kriegen jedes rotzige Scheiß Wir kriegen nur das nicht Das, was wir wollen, kriegen wir nicht Warum denn nicht? Ich will das mal testen Och, Leute, Leute Leute von heute Leute von heute Öhm Na 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 oh gott wir sind fast tot oh mein gott wir müssen mal da so aufpassen gar nicht darauf geachtet dass ich fast verrecke oh mein gott oh leute lovers es gibt ja bitte gleich das trinket sonst rastisch alles wir kriegen jetzt sogar schon so trinkets können wir jetzt bitte einfach nichts bekommen cancel danke das ist sehr nett gib mir jetzt bitte cancer 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 mir doch bitte cancer boah ich kacke komplett in diese scheiße rein das ist doch nicht wahr können sich auch gegenseitig glaube ich kaputt stampfen war das nicht mal so oder haben die ja inzwischen geändert ach ja leute was soll ich dazu nur sagen okay so Wir haben schon relativ viel Damage, aber es dauert trotzdem einfach ewig. Buttbombs. Wir kriegen echt nur noch einen Würfel. Das kann doch nicht sein, dass wir so viel Pech haben, Alter. Wir müssen doch jetzt irgendwie diese scheiß Trinker kriegen. Das ist doch ein scheiß Witz, Leute. Das ist doch echt ein scheiß Witz. Das ist doch echt ein scheiß Witz. Hier ist doch auch wieder nur ein... Ist hier wieder nur ein Trinket drin? Ja. Äh, ein Raum drin, ja. Ja toll, wir kriegen das nicht. Nice, Leute. Das heißt, wir haben zwar tausend Trinkets bekommen, aber kein Cancer. Ich hätte das echt gerne getestet. Vielleicht könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben, ob das funktioniert. Der leichteste Boss EU-West. Oh, Mensch. Hier trifft mich ja sogar. Oh, ist das ein harter Bossfight, ey. Mein Finger schläft, glaube ich, da hier ein. Oh, mein Gott. Es ist so schwierig, Leute. Ich glaube nicht, ob ich das schaffen kann. Oh, mein Gott. Ich habe es geschafft, gerade so. Ja, gut, Leute. Dann will ich sagen, was ist das? Heute mal wieder ein normaler Run. Am Anfang ein bisschen getiltet, dann nicht mehr. Curved Horn hat geregelt. Und, ja, schade, dass wir Cancer nicht bekommen haben. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob das funktioniert. Und schreibt mir auf jeden Fall noch Challenges rein für das nächste Mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein.